Yvonne. Hey. Hier. Hey. Hallo Yvonne. Willst du dich zu uns setzen? Nee. Kein Bock auf Smalltalk, nachdem Katrin mit meinem Mann gefügelt hat. Danke. Hey. Hey. War's das wert? Kann ich bitte zahlen? Hey. Was für ein Video. Falls ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt und euch noch ein Video angucken wollt, dann könnt ihr einfach hier auf unseren YouTube-Kanal gucken und euch viele weitere lustige, interessante und spannende Videos angucken. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 22 Minuten Zeit habt für die neue GZSZ-Folge, dann klickt einfach hier auf RTL+. Und übrigens, bevor ich es vergesse, abonnieren.